Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rocken! Guten Tag! Guten Tag! Ja, hoi! Hä? Ach, Mama, was ich vergessen habe, wir brauchen für morgen für die Schule übrigens drei Schafe, zwei Kilo Plutonium und fünf Selerikopapierungen. Zum Morgen! Und seit wann weißt du das? Ich glaube, das haben wir schon mal gesehen, oder? Mama hat gesagt, du sollst mit mir spielen! Wenn du es zwei Wochen schon weißt, das könnte glatt ich sein. Ich auch immer zu meiner Mutter einen Tag bevor ich es mitbringen musste. Mama, ich brauche morgen noch das für die Schule und das und das. Ich habe jetzt keinen Bock, ich bin am zocken! Ich gehe jetzt auf die Nerven, wenn sie aufhörst. Ahh! Weißt du, Dom? Ahh! Tada! Ich bin da! Das war ja wieder klar, dass du ununterbrochen am PC hängst! Ähm, ja, ja, was, da kannst du ja nicht reden, ich bin zackt! Ich glaube so war meine Mutter aber nicht, also wenn ich gezockt hab, ich gezockt, das war ja egal. 20 Sekunden, wo die reingekommen? Das soll ich dir glauben, was? Ja! Laura? Oh mein Gott, deine Schönheit blendet und verzaubert mich zugleich. Wie kann man so toll aussehen? Was willst du? Kette bringen heute für mich den Müll raus. Nein, das mache ich sicher nicht. Sieht sowieso aus wie vom Panzer überfahren. Aber ich hätte auch Nein gesagt, Mann. Wer bringt schon gerne Müll raus, Alter? Vor allem, wenn du gerade so chillig am Zocken bist, gerade vielleicht eine neue Runde startest bei COD, was eh keiner mehr zockt. Naja, vielleicht doch, aber das Neue ist eh scheiße. Aber ihr wisst, was ich meine. Und dann kommt Mama rein und sagt, hier, bringen wir bitte den Müll runter. Ja, ich mache noch die Runde zu Ende. Nein, jetzt sofort. Das ist mal so scheiße gewesen. Warum schläft du dich? Weil ich mal musste? Dann habt ihr nicht mal den anderen schnell durchsaugen, ja? Ja, danke. Super. Oh nein. Oh. Wie meinst du? Da waren zwei Stecker frei. Ja. Ja, stimmt eigentlich, hä? Warum zieht man dann eigentlich einen raus, wenn noch zwei frei sind? Das ist doch bescheuert. Ich bin gleich wieder da. Oh, ich bin so motiviert. Okay. Na, jetzt schafft er bestimmt. Und nicht verschwitzt stabil? Hier? Jetzt versammt. Ich war befreit zusammen. Bist du nicht gerade erst los? Also, wie viel? Also, bis Stunde. Ich habe gesagt, bei 200.000 Likes mache ich einen absoluten Bauchplatscher in diesen Graben. Und ich muss ehrlich sagen... Ja, das wird aber lecker. Hoffentlich sind da genetoten Fische drin. Ich habe nicht gedacht, dass es auch 200.000 macht. Aber ich ziehe durch, denn ich bin's. Mit Schwimmfliegel. Max. Ich kack mich ein, ey. Aber komplett. Seid ihr bereit für den Sprung des Jahrzehnts? Baby. Ich bin es nicht. Drei, zwei, eins. Aber wie der reinspringt. Wie so ein toter Fisch. Es fliegt was kalt. Heilige Scheiße habe ich Match in die Fresse gekriegt. Mein Schuh springt wieder da. Und da ist Tod dran. Was? Da ist Tod dran? Oh mein Gott. Ich habe es durchgezogen. Ich verpasse mich jetzt nach Hause. Schade, das war aber geil. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.